Gute und Cocktailtomaten. Wie schmeckt es? Sehr gut. Richtig lecker. Abwechslung, live, richtig toll. Sehr gut. Erfrischend und man hat das Gefühl, man isst was Gesundes. Super, supergeil, lecker. Pute drauf mit bisschen Radieschen, Tomaten. Schmeckt gut. Wasser könnte ich morgens, mittags, abends und nachts essen. Immer wieder, immer wieder. Bei mir ist Körniger Frischkäse, Guacamole und Tomaten. Und auch sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. I like the taste, the crunchiness and because it's very healthy. Hab ich überhaupt nicht mit gerechnet, absolut. Ein sehr guter Geschmack. Direkt der Brust ist halt sehr präsent, da hat man richtig Lust hinzugehen. Die Fotobox, die uns auch direkt aufgefallen, das ist auch echt ne coole Aktion. Also doch, ist lustig. Ja! Ja!